Liebe Kollegin Annalina, ich werde besuchen ein paar Worte auf Deutsch, die sagen zuerst Es ist mir eine große Freude Sie in Marokko zu begrüßen. Ihr Besuch heute in Rabat ist sehr wichtig. Wir hatten ein sehr gutes Treffen und wir haben, ich glaube, die Vertiefung unserer Partnerschaft in allen Sektoren abgesprochen. Für seine Majestät, den König, wir müssen zusammenarbeiten in allen Sektoren. Dafür können Sie sich auf mich immer verlassen. Noch einmal herzlich willkommen. Und jetzt, ich würde auf Arabisch weiterreden. Ich bin heute Sajid mit der Wurzirat, Anna Birgbock, Wurzirat-Gharijiat-Allemannia. Ich möchte sie mit der Wurzirat, in der Wurzirat, in der Wurzirat-Gharijiat-Allemannia. Die Wurzirat-Gharijiat-Allemannia ist eine sehr kalt für die Wurzirat und die Wurzirat. Der Wurzirat, das war, die Wurzirat in die Wurzirat und die Wurzirat, in der Wurzirat, eine sehr kalt für die Wurzirat-Gharijiat-Allemannia. Steinmeier zu Jeraat-Malik in Degemberg. Und der letzten Malak-Malik im 20-Huscht er hat sich um Deutschland als Schwerk und zu Rengen in den Fertig eine von den Binnen und 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 und auf die Arbeit und die Arbeit für die Machen. Das ist ein zweites Lektor zwischen uns. Wir haben über die Technik und die Zusammenarbeit. Wir haben heute eine Lektorin mit einem neuen Weg gemacht. Wir haben immer wieder eine Lektorin und sehr viel geäußert. Vielen Dank. 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 Jahr. Unter sechs Überschriften haben wir daher eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien, Bekämpfung der Klimakrise und der Entwicklung von grünem Wasserstoff vereinbart. Hier wollen wir auf deutsch-marokkanische Kooperationen aufbauen und das ist ja das Gute, dass wir bereits auf etwas aufbauen können und jetzt keine ganz neue Energiepartnerschaft auf den Boden stampfen können, weil wir zum Beispiel mit dem großen Nur-Solarkomplex im Süden des Landes, unserer im Jahr 2020 gegründeten grünen Wasserstoffallianz und der bereits seit 2012 bestehenden deutsch-marokkanischen Energiepartnerschaft wirklich einen großen Schatz haben, nicht nur von gemeinsamer Expertise, sondern auch wirklich konkreten Projekten, die jetzt noch mal verstärkt werden können. Auch im Sicherheitssektor, dem zweiten großen Bereich, haben wir eine enge Kooperation zum Beispiel bei der Terrorismusbekämpfung vereinbart. Im Bereich Bildung wollen wir die Möglichkeiten in der berufsbegleitenden Ausbildung in Marokko stärken. Ein Projekt, bei dem wir hier zusammenarbeiten, werde ich deswegen heute nach Mekka noch in Agadir besuchen und dort auch mit vielen jungen Menschen ins Gespräch kommen. Im Bereich Bildung und auf dem Arbeitsmarkt wollen wir grundsätzlich intensiver zusammenarbeiten und Marokko nicht nur dabei unterstützen und du hast es ausgesprochen, sondern eine Partnerschaft bedeutet ja wechselseitiges Lernen von und miteinander und das Projekt, was ich dort besuche, ist vor allen Dingen ein IT-Projekt und ich befürchte, so lapidar und flax muss ich das mal hier sagen, dass ich viele, viele Impulse auch für uns mitnehmen werde. Klar ist und das ist mir wichtig, dass wir darüber intensiv gesprochen haben, weil es freut mich wirklich sehr, dass bei der wirtschaftlichen Entwicklung, beim wirtschaftlichen Erfolg für euch genauso klar ist wie für uns, dass wirtschaftliche Entwicklung nur gelingen kann, wenn man die Gesamtheit der Bevölkerung dabei mitnimmt in ihrer Vielfalt und dass, wenn die Hälfte der Bevölkerung am Arbeitsmarkt oder auch beim Zugang zu Ressourcen oder bei Rechten ausgeschlossen oder behindert ist, dass eben nicht nur ein Bruch von fundamentalen Rechten, in diesem Fall Frauenrechten ist, sondern dass das mehr als kontraproduktiv auch für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Und es ist sehr beeindruckend, wie seine Majestät König Mohammed der Sechste dazu eine ambitionierte Agenda kürzlich vorgestellt hat und dabei in diesem Kontext deine, ihre Regierung auch noch mal unterstrichen hat, dass es eben nicht nur eine Menschenrechtsfrage ist für Frauenrechte und vor allen Dingen eine stärkere Beteiligung am Arbeitsmarkt einzutreten, sondern ein zentraler Faktor für die Wirtschaft. Nach Berechnung der marokkanischen Regierung erleidet das Land einen Verlust von 35 Prozent seines Bruttoinlandproduktes, weil derzeit nur etwa 20 Prozent der Frauen am Arbeitsleben teilhaben können. Und diese Statistiken, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, weil ich angetreten bin, auch mit einer feministischen Außenpolitik, zeigen, wie wir in solchen Bereichen auch voneinander lernen können. Weil solche Statistiken, was eigentlich auch in Deutschland mit Blick auf den Arbeitsmarkt, weil die Erwerbsfähigkeit hier zwar deutlich, deutlich höher ist, aber immer noch nicht auf der Ebene ist von 50 Prozent und vor allen Dingen bei dem Einkommen große Unterschiede sind. Solche statistischen Daten über die Wirtschaftskraft und Gender Equality ist es das, was es glaube ich in unser Beiderländen dringend braucht. Marokko hat sich vorgenommen, den Anteil von Frauen im Arbeitsmarkt bis 2035 zu verdoppeln und ist damit eben auch Vorbild für andere Länder in der Region. Und dafür ist nicht nur die Frage von Berufsausbildung ein wichtiger Faktor, auch das haben wir darüber im gemeinsamen Gespräch gesprochen, sondern eben auch die Frage von Familienrecht. Auch die Frage, auch das wissen wir in Deutschland, da hat insbesondere die Wiedervereinigung dafür geführt, Kinderbetreuung ein wichtiger Faktor ist für eine stärkere Beteiligung von Frauen am Arbeitsleben, aber eben auch hier in der Region die Eindämmung von Kinderehen. Wir werden an jeder Stelle, wo wir können gerade bei diesen Themenfeldern intensiv unterstützen, weil wir gemeinsam wissen, dass Frauenrechte auch ein Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft sind. Über Menschenrechtsfragen und wir könnten eigentlich den ganzen Tag noch weiter sprechen, werden wir natürlich auch jetzt beim Mittagessen noch weiter reden im Bezug auf das Thema Flucht und Migration, weil auch das ein Schwerpunktthema bei unserer zukünftigen Zusammenarbeit sein wird. Unsere beiden Länder arbeiten hier seit Langem eng zusammen, weil wir eine besondere gemeinsame Verantwortung haben. Marokko, das durch seine geografische Lage zu einem Transitland für hunderttausende Menschen geworden ist und Deutschland als ein Land, das für viele Menschen Ziel ihrer Hoffnung ist. Wie schwer diese Verantwortung ist, haben wir im Juni mit Blick auf die entsetzlichen Ereignisse in Melilla gesehen, wo 23 Menschen gestorben sind. Wir haben vereinbart, dass wir auch in diesem Bereich die Zusammenarbeit intensivieren und insbesondere die Umsetzung der internationalen Schutzstandards ausbauen. Deshalb bin ich froh, dass wir in unserem politischen Dialog auch das Thema Menschenrechte gemeinsam verankert haben. Denn eben auch für uns ist in diesen Zeiten von sechs Monaten brutalem russischen Angriffskrieg noch mal so wichtig, dass wenn wir über wirtschaftliche Entwicklung reden, wir eben nicht nur diversifizieren müssen, sondern dann, dass wir dort am intensivsten investieren können, neue Energiepartnerschaften schließen können, wo Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Respekt für das Völkerrecht ernst genommen werden. Denn wir als Bundesrepublik Deutschland, aber auch die Europäische Union insgesamt können uns nie wieder abhängig machen von Ländern, die unsere Werte nicht teilen. Das zahlen wir gerade dieser Tage mit einem hohen Preis. Aber dieser Preis ist sehr, sehr klein im Vergleich zu dem, was die Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen müssen, nämlich mit vielen Menschenleben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Westsahara. Das hattest du auch gerade angesprochen. Wir wissen, welche große Rolle dies hier in Marokko und für sie spielt. Die deutsche und europäische Haltung zum Westsahara-Konflikt war immer, dass wir auf den von den Vereinten Nationen geführten Verhandlungsprozess setzen. Dieser bietet unserer Ansicht nach den besten und erfolgsversprechendsten Rahmen, um zu einer gerechten, dauerhaften und für allen Seiten annehmbaren politischen Lösung zu kommen. Der marokkanische Autonomieplan von 2007 kann dafür auch eine gute Basis darstellen. In jedem Fall, und auch darüber haben wir gesprochen, hat und verdient der sondergesandte Staffan di Mistura all unsere Unterstützung bei seinen Bemühungen um eine Lösung. Um die Vielfalt an vereinbarten Kooperationen weiterhin eng zu koordinieren, haben wir einen kontinuierlichen, multidimensionalen, strategischen Dialog vereinbart. Alle zwei Jahre werden dafür, wie die Außenminister zu diesem Thema zusammenkommen, zu anderen Fragen hoffentlich öfter. Aber dieser multidimensionale, strategische Dialog, der ist wichtig, damit mit dem Tag von heute an jetzt auch wieder alle Fachminister sich innerhalb dieser zwei Jahre treffen können. Lieber Kollege, lieber Nasser, natürlich haben wir uns heute auch zu den großen Krisen, die unsere beiden Länder intensiv beschäftigen, ausgetauscht. Russland, habe ich bereits erwähnt, unterläuft mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine alle Grundsätze einer regelbasierten internationalen Ordnung und der UN-Charta, über deren Bedeutung gerade unsere beiden Länder sich sehr, sehr einig sind. Die Folgen des nun seit sechs Monaten dauernden Krieges sind bereits mehr als deutlich zu spüren, auch in deinem Land, auch in meinem Land. Eine Ernährungskrise, die ihre Wirkung vor allem in Afrika entfaltet, eine Energiekrise, die auch Europa und Deutschland ganz konkret betreffen und vor allen Dingen russische Destabilisierungsversuche, die wir weltweit beobachten, beispielsweise auch in Mali. Und daher war Mali auch ein großer Schwerpunkt unseres Gespräches. Wir sind uns einig, wir dürfen Mali nicht alleine und vor allen Dingen dürfen wir Mali nicht Russland überlassen. Wir müssen befürchten, dass sich die Entwicklung in den nächsten Monaten vor Ort noch einmal verschärfen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gemeinsam dem russischen Narrativ entgegenstellen und alles dransetzen, die schrecklichen Auswirkungen dieses Krieges, da wo wir können, gemeinsam gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent abzumildern. Neben der Situation in Mali sind die Ereignisse und Entwicklungen in Libyen besorgniserregen, betreffen und beschäftigen unsere beiden Länder, aber vor allen Dingen unsere beiden Regierungen und Außenministerien sehr. Und daher werden wir auch hier eng jetzt mit dem heutigen Tag wieder zusammenarbeiten. Denn angesichts von zwei konkurrierenden Regierungen und dem Risiko, dass sich möglicherweise sogar noch eine dritte bildet, müssen wir erneut nicht nur eine Spaltung Libyens, sondern auch eine Zunahme von Gewalt fürchten. Auch hier ist umso wichtiger und das unterstreicht eben, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten das internationale Recht und die Vereinten Nationen zu verteidigen, weil auch hier ist es so wichtig, dass bald ein neuer VN-Sondergesandter für Libyen ernannt wird und wir den von den Vereinten Nationen geführten Prozess international breit unterstützen. Russland verhindert auch hier seit Monaten eine substanzielle Stärkung der UN-Mission bzw. des UN-Mandates hier vor Ort. Lieber Herr Kollege, lieber Herr Nasser, unsere Themen heute und auch die Vereinbarungen, die wir für die Zukunft getroffen haben, sind enorm vielfältig und sprengen den Rahmen dieser Pressekonferenz. Aber so viel ist klar. Unser Buch der bilateralen Beziehung, in dem wir jetzt heute ein neues Kapitel aufschlagen, ist bereits reich gefüllt und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und danke schon jetzt für den heutigen guten Austausch und die Gastfreundschaft. Shukran und vielleicht lerne ich beim Mittagessen dann außer in Schaller noch ein drittes neues Wort. Vielen Dank. Vielen Dank.